Leona Petz, meine Damen und Herren, da zählt ein Steckschuss, wenige Zentimeter von der Sitzel entfernt und ein Körperfühler, ein Applaus für diesen genialen Schuss an Jägle. Und da hat er das Steckschuss in der Armflutrasse, unglaublich Johann, gut geschossen. Marco Wangen ist kürzenkönig 1.800. Marco Wangen. Liebe Zuschauer, welch ein tolles Bild ist schultert, von Britannik und von Roten Hauptmann, Flankwirt, vom Oberbürgermeister und vom Schützenvater. Der Schütze für den 2033 kommt aus der 7. Klasse Kommanderreinstein, der Name ist Marco Wangen. Herzlichen Glückwunsch!